ja warum sind die anzeigen immer rot wenn ich sie hinkommen passen sie doch auf wenn sie da steht sogar noch zusätzlich stopp drauf sie dürfen nicht fahren eine unverschämtheit selbst ein farbenblinder der das rot nicht sieht kann doch dann wohl wenigstens lesen sind sie alle farbenblinde analphabeten das schild ist rot und steht stoppt aus lange es nicht grün wird dafür doch nicht einfach fahren anzeige ist deutlich zu lesen stopp und es ist rot oder es ist auch wieder defekt warum sind all diese anzeigen defekt es muss an dem kälteeinbruch liegen wir sind nicht für die temperaturen hier gebaut worden ist ja auch eher ungewöhnlich dass es so kalt ist ja die anzeige scheint auch defekt zu sein muss ich mich da auch wieder drum kümmern ist furchtbar ich muss mal dringend zur stadtverwaltung fahren und mich beschweren dann sollen sie diese anzeigen doch bitte außer betrieb nehmen anstatt sie defekt stehen zu lassen wenn man sich nicht um alles selbst kümmert hier in der stadt ist furchtbar so kann man wieder fahren